ich soll mir erst mal ein paar sternteile nehmen und sie lasse ich noch wir müssen nämlich dieses ding so eben auf den kopf und jetzt wieder ganz wütend das macht uns aber nichts denn wir sind super mario jetzt wird er richtig aggressiv er geht ja und soviel stammteile das war dann eben da kommen ich werde ich renne gleich irgendwo für nun von dir einmal energie das ist doch nicht nein ach so knapp so das muss aber gewesen sein nein das war es noch nicht jetzt muss es ja jetzt war es das das hat relativ gut geklappt so bevor ich meine hier war noch kristall für stern dann war es das mit dieser ersten mission ja ich würde dann auch sagen dass wir dann an der stelle stein Schluss mache und... Ist dir der glitzernde Sternenstaub aufgefallen, der überall verstreut ist? Das sind sogenannte Sternenteile. Wir Luma lieben sie. Sie sind die Quelle unserer Kraft. Richte die Femidienlinge auf dem Bildschirm und sammle sie mit dem Blub auf. Tansile mit Blub und schieße sie durch Drücken vom B auf deine Gegner. Das habe ich schon oft genug gemacht. Lass sie uns ausprobieren. Sammle Sternscheine und schieße sie auf mich. Boah, du stehst auf sowas, wa? So ungefähr. Hm, hervorragend. Die behalte ich als Gebühr für diese Lektion. Na, besser. Du kannst sie auf Gegner schießen oder hungrige Luma damit füttern. Vielleicht springt dabei eine Belohnung für dich heraus. Sternenteile werden dir bei deinem Abenteuer sehr hilfreich sein. Sehr schön. Richte die Blub auf deine... Und so lohnt. Ups. Wir gehen das mit dem Speicher nochmal. Na egal. Ähm, ja. Suchen wir uns mal unseren Speicherort. Und dann würde ich sagen... Ich habe es zwar gerade gespeichert, aber die Sequenz will ich nicht nochmal machen. Und das war doof. Leider, ich glaube bei der ging das mit dem Speichern. Geht's erst zum Sternsch... Ja, ich weiß. Hallo, ich will... Speichern. Wir gehen das mit dem Speichern noch. Nein. Hä? Wow, Garage. Hier kann ich noch nicht... Doch, hier kann ich auch schon lang. Und was war das für ein Ding hier? Hm, passt jetzt nix. Okay. Boff. Mario. Ähm, ja, werde ich noch weit überlegen, wie ist das mit dem Speichern ging. Was für eine Hölle? Ja, Mario macht eine Stampfattacke auf den Boden. Ich kann hier noch nicht hin. Ja, das weiß ich, aber... Was ich will, speichern. Hallo, bist du ein Speicher, Luma? Willkommen auf der Sterbe, hat er das komplett nicht. Ja, danke. Ich kann von mal hier hin. Hallo. Das ist die Raumschiffgarage. Ja, was... Geil. One up. Es soll heben. So. Ja, ich weiß, dass das... Für... Ah, schön. Moment. Ah, Spielsflächen und Bänden. Ja, dann würde ich mal sagen... Das wollen wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es so ist. Let's play Mario Galaxy. Und wir uns ein paar neue Sterne holen. Also, bis dann. Das war's. Bis dann her. Oh, shit. Yes,さ might you, Aber wie immerin summat. I''m am am... in das so żen. Es ist ein weirdo, prot hier...